Drei legendäre YouTuber-Ausraster, Part 4. Blatt Nummer 3 ist der Ausraster vom Allotrix in der Folge Hart am Limit. Oh Mann, jetzt reicht's aber mit deiner scheiß Aufklärungsdrohne, hast du keine Hornis, als dumm und über die Welt zu fliegen? Absolut legendär und kennt wirklich jeder. Blatt Nummer 2 ist... Mmh, Allotrix fehlt. Wo bleibt Allotrix? Mmh, da fehlt Allotrix, du Dummkopf. Allotrix. Was? Mann! Du... So, das war jetzt aber hoffentlich genug mit Carsten, weil er hat mit seinem ganzen Rumgeschreie hier schon die ganze Nachbarschaft geweckt. Und Platz Nummer 1 ist wirklich eindeutig... Ähm, wo ist Allotrix? Da kennt wohl jemand Allotrix nicht. Also Allotrix fehlt ja wirklich. Alter, wie kann man so dumm sein und den nicht reinpacken? Es ist Allotrix. Ich bin einmal mir in der Nase am Jucken, du verdammter H... Ich hoffe, ihr seid jetzt endlich zufrieden und lasst mir zumindest ein Follow dafür da, denn ich bin jetzt taub.